Hallo meine Freunde ähm es war sehr ärgerlich ich hatte jetzt vorhin schon Video gemacht wo ich zweiter Platz geworden bin mit 14 Kills ja ich würde sagen ich versuche es nochmal wieder ohne Harpean Riot ja ich hoffe dies maulich auch den Wunen ja ist dann so Aufnahme-Bug wie immer auf der Playsee erkennt es nicht wenn man die Aufnahme speichern will und es nicht geht und ich versuche wieder eine Haltung zu machen und ein Wun zu holen ja also gibt immer Feedback Kommentare es ist mir egal ob Daumen oder Daumen hoch macht was ihr wollt ja und wenn ihr mal mitspielen wollt immer gerne Fragen immer Fragen ich habe keine Freunde ich habe keine Freunde ich habe keine Mails ich habe keine Mails wie sind die eigentlich die Schläger also letztes Mal extra plus ja Schläger, Stöcke extra alles gibt's ja ja aber wie findet ihr allgemein das Game ja spielt ihr selber oder guckt ihr es auf Youtube das könnt ihr mir auch nochmal gerne in den Kommentaren schreiben so ich bin gleich wieder da so und dann bin ich auch schon wieder ähm ich habe mir überlegt dass ich wieder Helios oder Garage in letzte Runde bin ich Garage in Train rein hab ich einen Hex-File gefunden aber ich hoffe dass ich wieder Harvey finde im Riot das war eigentlich ganz perfekt aber nicht dann Helios rein so 2 1 los 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 shit und zack zack oh ja genau ich finde genau das gleiche wie schweig 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 ich die Leiter schweig so ich verönt los hier ist mein Da ist sie ja. Äh, sag mal. Hexpire, komm sofort aus meinem Infantar. Sind die Gegner? Die ganze Runde sind hier gefühlt alle gelandet. Hm? Ah! Da. What? Ah! Ah! Da treffen sie schon zwei. Da haben sie noch drei. Ey! Fortnite ist nicht hier. Wieso? Wieso tust du mir das an? Großer. Ey! Wo steh ich dich ein? Na, aber eigentlich hab ich mich ja... Scheiße! Oh! Komm her! Ey! Wo ist er? Komm! Wut, wut, wut! Oh! Über mir! Schnell raus! Oh, Angst! Ah, da war er doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ne, morgen vielleicht. Oh, den hab ich auch. Gut Oh, meinen Gott. Nein! 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 Schrotwinte! Auf engen Raum! Unfair! Nein! Du verwirrst mich! Lass das! Ich hab keine Lust! Lass mich in Ruhe! Ah, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Reload! Reload! Hat er ihn ernsthaft gerade geholt? Ich hoffe, er holt ihn! Ich will mich nicht weiter drauf verliegen lassen! So ein engen Raum! Oh, Spieler! Ach, er hat jetzt auch! Ist er jetzt angesteckt worden! Nein! Nein! Ich muss die Ride weglegen. Ich glaub, das wär das Beste. Ja gut, es gibt zwar bessere Spieler, die auch besser sind mit Ride als ich. Aber das war schon schön. Ich muss die Räume nicht weglegen! Ich darf diese Waffe nicht besitzen! Oh! Ich darf diese Waffe nicht besitzen! Hallo, ich bin minderjährig und darf diese Waffe nicht besitzen! Nein! Ich muss die Kalle verliegen! Nein! Oh, das geht schief. Das war mir jetzt gerade noch heißen. Oh, 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 oh. Ich will gar nicht wissen von wo. Oh, oh, oh. Was? Die war bestimmt früh, oder hat er mir schon gesagt. Oh, die war ja schon. Ja. Ja, aber das hat sich auch verledigt. Junge. Reicht. Darauf lasse ich mich nicht ein. Keine Lust. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wie kann das sein, dass die Harpy mehr Damage macht, als die... Weg. Weg. Und die Harpy kamen gegen diese Minigun einfach gar nicht in Skulptur gefühlt. Gar nichts. Ja, was heißt gefühlt, das ist sowas. Warn, let's watch out for collapsed sectors. Reload, reload. So. So. Oh, war mein Engrappett. Hä, von was wurde ich gerade hochgekickt? Das hat mir auf jeden Fall gegolfen. Ey, nee, ne? Ah, das hat mir gut geholfen. Nicht schon wieder so'n Fight, was ich den 10 Jahren lang wieder verfolgen muss. Ach, nö, jetzt bist du auch so einer, ne? Hab's jetzt aber nicht angehalten. So, jetzt nur noch du und dann... hab ich das Sack hier auch geklärt. Jo, da hat er nicht fest. Aber die Challenge ist natürlich, riot und harpy. Wo kommst du denn hin? Hab ich auch nochmal kurz mitgenommen. So. Acht Kills, 14 Leute am Leben, läuft genau... Läuft sogar besser. Als letzte Runde. So. So, wie findet ihr eigentlich die Harpy und Riot? Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Also falls ich Riot und Harpy falls ich ausspreche... Falls ich das falsch ausspreche... Sag, ich schreibe einfach rein. Ja, also das ist dann auch wieder ein Rapper. Also dagegen kann man dann auch wieder nichts tun. Das hat sich dann auch wieder mit dieser Challenge erledigt. Acht Kills. Morgen kommt nochmal ein neues Video und da will ich es nochmal versuchen. Also ciao Leute.